Musik Schneller, höher, weiter. Das ist Deutschlands schnellster Kinderleichtathletik-Mannschaftswettkampf. Besondere an dem Heiden Kids Cup ist unser 5-Minuten-System, was für die Kinder dann einen schnellen Wettkampf bedeutet. Die Teams treten in drei Altersklassen und sieben Disziplinen an, wobei sie in kürzester Zeit so viele Punkte wie möglich sammeln und sich dabei gegenseitig kräftig anfeuern. Ich fand's toll und es hat einfach super angefühlt. Vom Raketenweitwurf bis hin zum Mehrfachsprung und der Biathlon-Staffel. Hier gibt jedes Kind alles und wird dabei von Eltern, Trainern und dem Team unterstützt. Die Wettkämpfe machen ja auch Spaß und generell Sport macht Spaß eigentlich. Und die Halle hier ist auch besonders toll, weil die hier schön groß ist und so viel aufgebaut ist. Doch für manche Kids sind es auch die kleinen Dinge, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich mag den Ansager, der immer alles ansagt. Das mag ich. Ronny Mewes sorgt nicht nur für die Startschüssel der Wettkämpfe, sondern auch für Stimmung in der Halle und reißt die Kinder mit. Ich freu mich total, wenn ich da gelobt werde, besonders von den Kindern. Das ist was Besonderes. Die gemeinsame Freude am Sport und vor allem das Wir steht hier im Vordergrund und hinterlässt bei den Kindern einzigartige Erfahrungen. Wenn hier so alle Mannschaften sind, ist es so aufregend für mich. Dann spüre ich diese Energie. Und wenn ich dann hier meine ganze Energie rauslasse, ist es ein schönes Gefühl. Am Ende des Tages ist beim Hallen Kids Cup jeder ein Gewinner. Und die Teams freuen sich darauf, wenn es wieder heißt, schneller, höher, weiter bei Deutschlands schnellstem Kinderleichtathletik-Mannschaftswettkampf.